So, dann sind wir bei unseren letzten drei Werkzeugen angekommen. Einmal weichzeichnen, verschmieren und abwedeln. Also weichzeichnen. Hier kann man entsprechende Unschärfen erzeugen. Ich benutze hierzu mal einen großen Pinsel mit einer großen Wiederholrate und wenn man jetzt hier in diesem Bereich entsprechend drüber geht, gedrückte Maustaste, dann kann man hier diesen Bereich entsprechend etwas unscharf machen. Vielleicht hier oben die Ziegel noch. Ein bisschen sieht man es schon. Gut, die Profis, die benutzen natürlich hier einen Filter, Weichzeichnen und Gauss-Schwer-Weichzeichner. Hier muss man natürlich dann auch entsprechende Bereiche markieren oder mit Ebenen arbeiten. Aber hier geht es jetzt erst einmal nur um die Icons des Werkzeugkastens. Gut, also je öfters mal hier drüber fährt und klickt, desto unschärfer werden diese Bereiche. Dann verschmieren. Dann mache ich das Ganze wieder kleiner. Hier kann ich das zum Beispiel so machen. Wenn ich hier verschmiere, dann sieht das Ganze aus, als wäre es hier Asphalt. So, frisch geteert. Und dann die letzte Option, abwedeln oder nachbelichten. Je nachdem, wenn man die Umschalt-Taste noch drückt, dann nachbelichten. Also abwedeln ist aufhellen und nachbelichten wieder abdunkeln. Ich mache hier auch mal den Kreis größer. Wenn ich jetzt also hier drüber gehe, dann kann ich die Hausmauer entsprechend aufhellen. Auch entsprechend. Und wenn ich die Umschalt-Taste gedrückt lasse, halt die Steuerungstaste, so steht hier Umschalt-Taste. Ach so, umschalte die jetzt. Also die Steuerungstaste, die macht es wieder dunkler. Und ansonsten kann ich hier entsprechend aufhellen. Und dann kann ich hier nochmal die Steuerungstaste geben.